und damit eine herzliche willkommen hier zu einem neuen display ich spiele hier mit xvx lukas oder müsste nicht 13 uhrich es hat mir vielleicht erst mal in eine party würde ich mal sagen wir spiel vorher was du reddit wir uns vor nie gespielt auch ein bisschen geguckt sagt dann wenn die party soweit ist ja ist soweit ja mach ich doch schön hat mich ein party party war auch was der name ach du scheiße ich gehe mal dings holen genau so habt ihr quest complete ja klar habe ich alles klar dann noch mal wie noch mal nicht schlecht setzen kann ms deutschser mal so eine blöde frage warum ist ein ganzes rum testen das hat schon nie so weit so nah gewesen wie jetzt kann mir das mal einer verzählen ich frage mich gerade was ich da draußen mal gucken wie lange braucht besommen kippt wenn ihr überhaupt nichts macht dann wahrscheinlich nicht lange weil das habe gesehen die ganzen das ist der sandsturm tut es ja sowieso gerade an und das machst du da eigentlich genau einen kleinen schutzweil ziehen also gut dann da sind ein paar rohstoffe sind ulrich dreh dich mal um ja ich weiß hinter mir ist wahrscheinlich jede menge oder ne der sand fühlt sich hier wieder auf mein guter ich weiß so viel zum thema ja gibt das für uns genug zeit dann dafür genau ihr habt noch genug zu tun so ich fange mal an mit holz holz du kannst du ja dass sie ich hatte trip hast ja hatte ich hab von einer hand habe ich nicht meine hand das liegt oben wo oben da kommt aber man es sei nicht lang er soll ich war nur zwei sollen wir jetzt noch entschuldigungen akzeptieren ja moment lass uns kurz überlegen doch auf jeden fall so einerseits ganz ist natürlich sieben und was ich jetzt gleich mache ist dann noch sucht denn das zeug aufzuhalten christ machen wir deine werkbank und moment doch ich bin auch die versetzlinge holen das liegt aber ganz schön bei mir hier gut ist wahrscheinlich der ganze sandsturm nehme ich auch und das sollte kein sand drauf ist die erde so ich habe eine richtig gute ausbeute gekriegt da habe ich eine richtig gute ausbeute gekriegt so ich muss dann na komm her mach 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 ich habe nur 34 auch der scheiße so ich muss gleich mal zu der berg bench dann gehe ich gleich wieder holz fällen wo ich habe eine flamme in meinem dingsbums da drinnen sterbe ich jetzt ja du müsstest dich kühlen also ich würde sagen hier so wie in surreal mit immer wieder kleinen stücken weiter voraus so zu für die leute die keine ahnung haben was real ist das ist unser eigenes modpack wo wir spielen ist ja nicht so real ja ich meine so real ist von unserem eigenen modpack man immer dieses jetzt müssen wir wissen wo wasser ist haben wir auf der anderen seite beim flügel noch kein eis um es wegzubringen müsste es die einfach ins wasser stellen aus überhaupt reicht eine gute frage oder haben wir genug tränke und damit kühlen oder wie ist das hier bei drei flaschen wasser habe ich bekommen funktionieren wie bei taffer auch so wie bei enviromain oder ist das hier anders müsste man ausprobieren als ich es beim ausprobieren gemacht habe da hat sie irgendwie nicht so ganz funktionieren mit unter kühlen da ist also die frage müssen wir ja das würde ich auch so sagen dass das bei uns eine weile dauert bis zwei maschinen angekommen sind so klar und noch mal eine folge dankeschön sehr schön so jetzt hat hier mal langsam auch mal werkzeug basteln bei für die schaufel koppel haben einen wahrscheinlich noch keinen ich komme nicht aus dem wasser raus kann nicht aus dem wasser hat hat dass du keinen weg verhüpfen kannst oder wie keine ahnung ob das hier so geht nee du musst in einen sandblock weg kloppen und dann einfach sich raus treiben lassen dann geht das wieder hat sich etwa das sand drüber geht er so gelegt dass du nicht mehr raus konnte ist irgendwie sagen sowas hat gesagt oder was ist denn das für ein rotes gedünst da unten noch hast du blut verloren lukas ja blut ein bisschen ja wie viel sand hast du gerade 1 2 oder so jetzt kotzt du hier alle einzeln raus danke so mit rein gut okay ich wollte dass er so dankeschön so dann wollen wir doch mal diese sandsturmreste da abzubauen und geht irgendwie effektiver äh ja so das glaubst du was ich gerade die ganze zeit mache das weiß ich nicht so guten und sandsturmreste abbauen das jetzt sandsturmreste hin das kann ich nicht brauchen ach flex so einmal das sieb wir können mehrere leute auf einmal daran arbeiten oder ich denke schon solange man halt nichts rein tut oh guck mal ich kann da was rein tun natürlich was rein tun sonst kann ich da nicht arbeiten ja ich meine ich kann zwar dran sein aber so und sehe was du machst aber ich ähm ähm keine ahnung waren verloren so ähm ach stimmt das war ja das hier haben wir eigentlich schon genug sticks für leitern äh nicht wirklich ich nehme mal kurz den sand raus ach ach es nachtet langsam jetzt aber schnell wieder weg hier dann momentan sollte übrigens wieder ab okay das ist schön gemacht so was fehlt noch weil ich gesagt gut ja das habe ich das fehlt mir hier noch detect nichts na komm herkennen das macht die pattern chest fehlt mir noch brauchst du ein post wird hast du noch 16 sand layer ich hatte nur noch die hier drin lagen christ du kriegst ein bisschen was von mir okay jetzt sollte ich sowieso nicht raus muss ich morgen weiter ach ja genau ach das ist eine nicht sichtbare pressure plate okay so more tables alles klar wir haben das nächste quest fertig es ist wohl wieder was für dich das habe ich schon gebastelt wurden hemmer und woher da draußen ist es ein bisschen deutlich mache ich kühle aber gerade wunderbar aus noch schön was ich hatte davon schon noch sie gebastelt oder musste das binden verdammt ich habe zu viel gekraftet 440 sind 40 sind so in den weben und ein stick was sind durch ist es hergekriegt und aufgabe der ersten so das hat man jetzt brauchen wir 40 das dann kannst du nämlich später wenn wir so weit sind anfangen mit dem hammer jetzt als nächstes das ding dann mit dem nächsten schutz haben schaue ich dann dass ich ein bisschen raushämmer so ich habe mein kram den ich brauche in die kiste eingeschmissen mit der kruck dann dings machen so ich glaube nicht dass ihr mal die spinnenweben unnötig verschwendet ähm gut ähm gut ähm ja wir haben doch trotzdem damit haben wir drei äh suppen mehr das ist gut ich bin jetzt erst mal da rein das auch ist einfach nur haben das war schon ist bist du für zuständig die teil bleibt hier liegen wird sich in der lauf der zeit da so erledigen das ding finden jetzt kommt jetzt nicht das würde ich ist es jetzt eigentlich mit mit begrenzten leben oder sind es unendlich leben jetzt ich habe auch keine ahnung ich habe die nicht haben ich will nicht sondern natürlich die aufmachen du brauchst das teil du brauchst das teil ja ich dachte ihr wollt auch alles haben so ich werde nur verschwendung von ressourcen ich glaube ressourcenreich sind wir jetzt noch nicht gerade so positiv unterwegs danke für gut das wäre für jede ein schwert jeder hat eine schaufel wo wir haben schon es doch jetzt bekommen das mal schön was haben wir bekommen also ja die habe ich aus einem der ludbecks bekommen das ist schon klar aus dem luch ist halt von aber auch schon gesagt waren richtig geiler loot und da stand auch extra drauf ich hatte noch gut hatte ich das hast du raus gekriegt 20 spinnenweben und einstück ja gut da ich mir nie zum bist du auch nicht oder gute frage ach mal der platte im weg scheiße die platte das hast du vor jetzt kann ich auch nicht aufmachen die ich genau da drunter ja ich hatte gehofft dass das irgendwie geht haben wir jetzt ein spitzhack gedacht ich baue eine wir haben jetzt noch 35 bretter und fünf stämme das eigentlich auch mal aufhören zu bluten ja ich merks ich hab bisschen nervig wenn man dieses blut wer putzt das alles weg willst du darauf echt ne antwort ne besser nicht sagt halt nur dass ich sie weg machen muss so putz ruhig wenn du putzen möchtest putz nö nö lass mal ist deine arbeit wir brauchen relativ bald ich glaube wer als damit mal da wasser aus den blättern rausziehen können ok wir müssen uns wieder wärmer weil es wird wie bist du aus blättern da 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 waren das barrels oder waren das du brauchst du brauchst zepplings und die steckst in die barrels ein und daraus kriegst du dann wasser also entweder das waren die barrels oder das waren die anderen dinge wenn ich mich recht entsinne ich bin aber nicht sicher keine ahnung ja ich weiß jetzt nur nicht mehr ob es die barrels waren oder ex nih ne ach das heißt hier anders das heißt nicht ex nihilo ok ach crucible brauchen wir wahrscheinlich dafür ja was denn jetzt wahrscheinlich crucible weil das ist ja ein ähnliches system wie bei dem normalen crucible ok ok aber die pere kann man auch gebrauchen auch gebrauchen muss man das dann äh äh unten drunter feuer machen und dann genau kommt wasser oder was ok also eine fackel drunter stellen möglichst äh so ja gut große bild wird halt schwierig ja das sind dann sechs holzblöcke und eine äh slap ach es gibt die aufs holz ok ja ja aber deswegen sollten wir keine laberdung oder sowas drunter setzen ich glaub die fackels nämlich ab ok ähm gut das wird erstmal nix müssen wir auf tag warten was was ähm im crucible ach das wundert mich nicht ich hab zu wenig hier aufgeburt also stämme haben wir eigentlich noch äh ne äh haben wir koppels ne scheibenleistung was haben wir jetzt schon ein sieb oder nicht ja warte mal was braucht man wir brauchen die brauchen wir noch ein extra mesh mesh äh ok das heißt hier irgendwie anders ist iron mesh bilk mesh mutten mesh pff keine ahnung was da praktikabel ist hm können die mobs zwar nicht sterben ich möchte gerne rausgehen die müssen wir sowieso da weg kloppen weil die husks verbrennen nicht ah sie wird lang zum tag ja oh da draußen brennen sie gut dass da vorne eine hexe steht gefällt mir aber weniger ja die steht wegen ganz außerhalb hm wo sind die ganzen husks hin ich hab hier eine husk ich hab hier ein paar hinder in den dings drinnen hier in den graben sind tonnenweise drinnen aber die sollten nicht rauskommen so ohne weiteres ich glaube den habe ich abgeschlossen naja aber mir macht gerade die hexe da hinten angst weil ich hab keinen bock von der gedrochen zu werden aber leute bis er war es jetzt ist er drin ach du grün ach du scheiße das muss mal klatschen ach ja wer hat diese blöde auto jump drin uah uah du schande hm hier hinten sind ein paar husks äh seh ich mal ok ach echt hier oh hier ist dieses ah die hexe vergiftet sie gerade alles schön ach warte mal die kommen da gar nicht so ohne weil ihr das hoch dann kann ich hier erstmal abkürzen aua au ich bin vergiftet gg abkürzen abkürzen ich sterbe doch noch nicht ich sterbe doch noch nicht ich glaub du landest wenigstens im cockpit wir landen außerhalb ok äh huppsa das macht spass ich glaub wir brauchen bessere schwerter meins ist schon kaputt ja der sie das ist es muss wenn ich dich das ist Der Ofen haben wir noch keinen, also kann ich auch noch keine Pilze... Phrasen, oder? Noch eine Holzschüssel und jeweils eine... 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 eine Art... eine Pilzart einrein, oder? Oder ist das Rezept hier geändert? Mh, müsste eigentlich klappen, soweit ich das weiß. Sooo... Sooo... Aber hier gibt's gleich ein bisschen Gammelfleisch, wenn du Hunger hast. Da hinten stehen jetzt auch noch ein Pass rum, Mensch. Oh, das ist fast kaputt. Willst du mal nicht zu mir kommen? Lukas? Na, die Apfel. Dankeschön. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da runter trauen kann, so den Desseln da. Oh, die Gruppe ist kaputt gegangen. Ne, ich mein, die Desseln hier auf der Seite.